ja servus und willkommen bei destiny bluster grüßt euch im heutigen tutorial zeige ich euch wie ihr im shot card texte und bilder im prinzip einfliegen lassen könnt dazu werden wir erstmal eine datei öffnen und ein projekt holen so ich habe hier ein video und zwei bilder die fügen wir jetzt erstmal ein so da ist mein video hier sind sie aufgelistet in der wiedergabeliste so als allererstes werden wir hier in der zeitachse eine videospur hinzufügen entweder klickt ihr hier drauf oder ihr drückt strong und i dann habt ihr die erste videospur eingefügt ich brauche zwei videospuren deswegen drücke ich nochmal strong und habe die zweite videospur eingefügt so jetzt werde ich mir das video mir hier nehmen und in die untere videospur einfügen so dann könnt ihr dieses video hier auch greifen mit links halten und im prinzip ganz nach links verschieben oder zweite variante ihr lasst es hier so drückt mit rechts und entfernt dieses stück so dass das video von anfang an startet schauen wir uns mal an und es startet von vorne wunderbar so jetzt kommen wir zum text einfügen dazu drückt ihr unten auf das video geht auf filter filter hinzufügen auf das plus und dann auf text einfach so jetzt haben wir hier unten diesen text bereich den können wir vielleicht ein bisschen größer machen damit wir es ein bisschen mehr sehen so so sieht er aus und hier drin müsst ihr jetzt im prinzip euren text erst mal schreiben so ich schreibe jetzt zum beispiel jetzt werde ich mir diesen text noch nehmen und noch mal in die mitte positionieren so jetzt steht hier schnee im winter so hier schriftart das ist im prinzip die farbe könnte jetzt im prinzip neue farbe aussuchen nehmen wir mal pink das sieht interessant aus aber nein wir bleiben bei weiß ich hätte gerne aber noch eine kontur dann drücken wir auf diese kontur und zwar hätte ich gerne eine rote kontur dann drücke ich auf ok und wir sehen leider noch keine richtige kontur weil sie viel zu dünn ist hier ist die stärke wir gehen mal hoch bis auf 30 und dann sehen wir eine rote kontur sehr schön aber ich hätte gerne auch noch ein hintergrund dann drücken wir auf hintergrund ich hätte gerne einen weißen hintergrund dadurch auf weiß so jetzt habe ich eine schrift schnee im winter mit einer rote kontur und einen weißen hintergrund wunderbar erster schritt erfolgreich so aber wie kann ich denn diese schrift jetzt im prinzip einfliegen lassen ja das ist so also wir gehen hier auf diese kleine stoppuhr schlüssel bilder für diesen parametern und drücken hier drauf hat sich nichts getan richtig so jetzt müsst ihr hier oben auf schlüssel bilder klicken dann wird bei euch unten wahrscheinlich ein fenster öffnen namens schlüssel bilder ich habe es hier unten schon integriert ich ziehe es jetzt mir einfach mal nach oben so jetzt seht ihr hier unten es sieht aus wie eine videospur aber nein es sind einfach schlüssel bilder so ich klicke jetzt auf dieses erste schlüssel bild und das ist die position wo das wo dieser schriftzug am anfang des videos sein soll da soll es nicht sein es soll außerhalb des bildes sein und das könnt ihr hier an dieser position ändern und zwar indem ihr zum beispiel ein minus wert eingibt ich klicke mal auf minus gibt 100 ein und ihr seht das video verschiebt sich nach links 1000 und es ist fast außer bild so das heißt wir gehen auf 2000 so jetzt ist das bild raus ihr möchtet dieses bild aber einfliegen lassen das heißt wir brauchen noch ein punkt und zwar sage ich jetzt einfach mal wir gehen auf 20 sekunden hier unten drücken wir hier drauf so da ist der mark jetzt und jetzt müsst ihr auf diesen schriftzug noch mal klicken da ist der schriftzug oder besser gesagt der schlüssel punkt bei 20 das heißt das bild soll bei 20 sekunden eine bestimmte position haben die er gerade hat passt da nicht das heißt wir werden jetzt hier die minus 2000 wieder auf null setzen so wir löschen uns einfach so das heißt bei knapp 20 sekunden soll diese schriftzug dort in der mitte sein und ich würde sagen am ende des videos oder bei 40 sekunden dann gehe ich hier 40 sekunden klick wieder hier am rand auf diesen schriftzug und habe dadurch mir eine position gemakert so da soll das bild oder dieser schriftzug komplett außer dem außerhalb des bildes sein und zwar nach rechts das heißt wir müssen hier wieder eine positive zahlen nehmen und zwar nehmen wir dort einfach wieder mal 2000 so jetzt ist das bild oder dieser schriftzug außerhalb des bildes ob das jetzt so funktioniert hat das schauen wir uns jetzt an dazu nehme ich wieder meine schlüsselbilder runter damit ich das bild oder besser gesagt die videos pur besser sehe ihr könnt hier von ausgabe und schlüsselbilder hin und er klicken oder besser gesagt zeitachse und schlüsselbilder hin und er klicken so dann gehe ich mal am anfang des videos und drücke mal auf play und wie ihr seht kommt jetzt ein schriftzug zwar relativ langsam weil wir halt so großen zeitabstand genommen haben aber es fliegt in das bild hinein und fliegt weiter aus dem bild wieder raus also es hat funktioniert und ihr müsst euch jetzt nicht wundern dass hier dieser 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 kasten von der schrift noch drin ist der ist natürlich im video nicht zu sehen dazu glück drückt ihr einfach mal auf die videospur und drückt nochmal play dann ist der kasten auch weg und ihr seht so wie es ist so sieht das dann aus schnee im winter und goodbye so ist das das war der erste schritt sorry dass ich das video gerade unterbrechen muss aber ich wollte euch noch sagen hier oben rechts findet ihr natürlich auch alle anderen shot cut tutorial und videos die ich über shot cut gemacht habe hier oben rechts draufklicken und schon seid ihr da vielen dank so könnt ihr im prinzip schriften einfliegen lassen jetzt lösche ich den text erstmal nochmal dazu gehe ich hier auf dieses minus filter wieder entfernen und die schrift ist weg so jetzt möchte ich gerne ein bild einfliegen lassen deswegen habe ich die zweite videospur zum beispiel genommen ich nehme mal dieses bild und ziehe mir das hier in die erste videospur ich drücke jetzt nochmal auf play na position bitte am anfang des videos so nochmal auf play na so jetzt aber spoiler alert und weg so dieses bild was ich hier genommen habe ist eine nicht wundern eine png datei deswegen seht ihr auch nur den schriftzug wir könnten auch ich lege das bild mal dahinter ein ganz einfaches bild nehmen so spoiler alert und irgendein bild so würde das aussehen da ihr das bild in der oberen videospur genommen haben wird dies immer im vordergrund gezeigt aber wir möchten ja gerne die sachen einfliegen lassen wie machen wir das ich sage euch wie es geht und zwar ihr drückt auf euer bild geht wieder auf filter filter hinzufügen und dann geht hier auf größe und position jetzt seht ihr dass hier unten bei mir bei den schlüsselbilder sich diese bild als schlüsselbild hinzugefügt hat dann drücken wir wieder hier auf schlüsselbilder für diese parameter verwenden dann klicke ich jetzt ich muss das bild ein bisschen größer machen ein augenblick so dann drücke ich hier unten auf da ganz am anfang bitte die position zack so jetzt habe ich den gemakert dass der am anfang die position einnehmen soll und bei den bildern könnt ihr das bild im prinzip hier zum beispiel auch nehmen und schieb das einfach mal zur seite so zack jetzt ist das bild außen und ich möchte gerne dass das bild am ende des videos und zwar da da soll der marker dann hin wir drücken hier auf dieses bild zack jetzt habe ich hier den marker im prinzip den ihr natürlich auch verschieben könnt indem ihr die linke maustaste haltet und zwar am ende des videos möchte ich gerne dass dieses und dieses bild dann draußen ist so position ist im prinzipien da so wie das dann aussieht gucken wir uns jetzt an so wir starten jetzt kommt es eingeflogen und fliegt von links nach rechts wunderbar so dasselbe können wir natürlich auch mit diesem bild machen wir drücken auf das bild gehen auf filter hinzufügen größe und position so jetzt könnten wir dieses bild genauso von links nach rechts einfliegen lassen aber das ist langweilig wir werden dieses bild ein bisschen animieren so als allererstes werde ich dieses bild bilder dürft ihr von der zeitachse so lange wie möglich oder wie ihr wollt ziehen ich ziehe es ein bisschen länger so ich möchte gerne dieses bild und zwar am anfang dazu jetzt ist ein marker da ich habe es vergessen wir müssen das natürlich hier als schlüsselbild nehmen so ich nehme diesen punkt und möchte den am anfang des videos haben so und am anfang soll dieses bild die position sagen wir mal erstens machen wir das ein bisschen kleiner so und dann schieben wir das erstmal hier rüber so das ist gerade falsch gewesen entfernen so 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 kleiner machen so jetzt haben wir es am anfang dahin dann drücke ich ein bisschen weiter nach vorne setzte meinen nächsten punkt und da soll das bild hier einfliegen so dann setze ich den nächsten punkt da ist er und das soll das bild hier oben hier oben sein im nächsten bild oder an der nächsten position wir setzen wieder einen punkt so soll es da unten sein und ganz am ende sollte es da oben sein und am schluss noch mal ein marker sollte es dann ausfliegen und fertig so jetzt ist das bild im prinzip eine animation wie das ist schauen wir uns jetzt an so dann drücken wir auf play da kommt das bild angeflogen fliegt nach oben fliegt nach unten fliegt wieder nach oben und ist aus dem bild und so einfach geht das so könnt ihr im prinzip schriftzüge und bilder einfliegen lassen und euer video im prinzip aufpäppeln falls euch das video gefallen habt lasst mir einen daumen da und wir sehen uns im nächsten tutorial bis dann euer desti